hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen video heute die swords of fire von helios feuerwerk also veco ist eine ziemlich große 62 schuss batterie stets xxl kombinations batterie mit bis zu 25 mm kaliber sieht man sind auch 20 mm dazwischen hier haben wir die effektbilder und da schauen wir mal auf die unterseite und zwar hat die batterie eine neem von 483 gramm ist schon ziemlich viel 500 gramm fast ausgereizt öffnen wir mal die cake box strahlt uns auch schon das helios logo an jetzt nicht mehr okay ich hole die batterie mal raus das schicke teil auch schon stets nochmal swords of fire nur einmal anzünden so sieht es aus und gehen jetzt raus und testen die swords of fire ist gleich source of fire helios aka veco skills nicht mal 24 uhr ist einfach 23 uhr und deswegen wird eskaliert weiter geht's source of fire so 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 v da so da 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 Untertitelung des ZDF, 2020